Heute gehen wir endlich mal wieder auf Hochtour, auf den Tödi. Und die Ski nehmen wir natürlich mit, weil oben liegt hoffentlich noch ein bisschen Schnee, dass man ein bisschen abfahren kann. Aber wahrscheinlich erst so auf knapp 2000, das heißt ungefähr 1000 Höhenmeter müssen wir die Ski tragen. Aber ich möchte noch kurz darauf hinweisen, wie innovativ und toll diese Idee ist, die auch noch einen Stock verliert. Unsere Skiausrüstung auf einem Anhänger hochzuziehen, bis wir in den Schnee kommen. Natürlich gibt es auch noch Optimierungspotenzial, damit auch mehrere Leute das ziehen können, um die Arbeit zu erleichtern. Eigentlich muss ich mich jetzt noch draufsetzen. Ich hoffe, man sieht meine Schweißkropfen im Gesicht. Es geht fix voran. Die Träger scheinen über eine gute Arbeitsmoral zu verfügen. Genauso wie die Schieberin, die fröhlich mit ihrem Stock anschiebt. Wie produktiv ist das, meinst du? Nein. Ich schieb ja gar nicht. Ich halte ihn nur zurück. Ich bin sehr verwirrt über diese Strecke hier. Da läuft man einfach so einen Schotterweg lang und auf einmal ist ein Tunnel da. Fridolins Hütte. Das ist unser Tagesziel. Oh, ich habe Schnee gefunden. Langsam wird es richtig hübsch. Es sind auch nur noch knapp 1000 Höhenmeter bis zur Hütte. Fridolins Hütte, 2 Stunden 30. Oh nein, wir müssen dem Anhänger liebe Wohl sagen. Und alles wieder an unsere Rucksäcke zuen. Das Packieselgefühl ist auf alle Fälle am Start. Uns fehlen noch ungefähr 800 Höhenmeter zur Hütte. 100? Doch. Und ich frage euch beide jetzt, wie viele Höhenmeter fehlen uns noch bis zum Schnee? 700. Deine Einschätzung? 500? Okay. Ich sage 600, die goldene Mitte. Eine schweißtreibende Angelegenheit würde ich mal so sagen. Das ist so. Das ist so. Beeindruckend. Der erste Schnee ist in Sichtweite. Idyllisch ist es schonmal. Gefährliche Flussüberquerung. Was meint ihr, wie viel schwerer ist der Rucksack mit Skiausrüstung jetzt noch dran? Ich habe gesagt, so 20 Prozent. Ich muss jetzt noch befeilen. Bei mir ist der und er sieht 100 Prozent. Stimmt, du hattest keinen an. Und du auch nicht, Sebastian. Du hattest vorhin auch keinen Rucksack an. Du hattest einen Rucksack an. Du hattest einen Rucksack an. Noch eine nette kleine Schneefeldquerung. Aber für die lohnt es sich nicht, die Ski anzuziehen. Auch wenn es ein bisschen rutschtig ist, wie man gerade gesehen hat. So, jetzt sind wir auf 2000. Das heißt für die letzten 100 Höhenmeter. 10 Meter. Ah ja, das fühlt sich direkt deutlich besser an mit Ski unter den Füßen und leichterem Rucksack. Oder? Am Arsch. Dauben, wo ist die Hütte? Links. Links um die Ecke ist die Hütte. Hütte in Sicht. Geschafft für heute. Jetzt geht es nur noch, sich ein Abendessen einzuverleiben. Die restliche Zeit bis zum Abendessen verbrachten wir damit, uns schon einmal den Weg anzuschauen, den wir morgen vor Sonnenaufgang in der Dunkelheit beschreiten werden würden. Außerdem entdecken wir Skispuren, die wie auf der Swiss Topo-Karte eingezeichnet einigermaßen um den Blätscherbruch herum führten. Der Warnwechsel hin, das ist auch zufrieden. Alle halben Jahr die Klasse. Wie findest du, dass wir morgen um 3.45 Uhr kühlstücken? Ja, ich hätte gerne länger geschlacht zu lämpern. Was ist dein Kommentar dazu? Du findest es klasse? Du schläfst einfach nicht gerne, oder? Verschwendete Lebenszeit. Ich denke mal, Sebastian Blick sagt alles, was er davon hält. Ich würde definitiv auch gerne länger schlafen und dafür ein bisschen schneller hochlaufen. Nach einer etwas zu kurzen Hüttennacht füllten wir also noch einmal unsere Energiereserven auf und starteten in Richtung Tödi. Auf geht's! In der Dunkelheit. Wie fühlst du meine Sonnenachtung klingst? Jogeln sieht man noch nicht richtig. Nur ganz schwach. Ein ordentliches nach unten Gewühle durch viel Schotter. Da unten wartet der Gletscher auf uns. Als erste Herausforderung erwartete uns eine Bachüberquere. Nachdem Sebastian und ich bereits auf der anderen Bachseite waren, passierte es. Sarah brach beim Absprung durch die Eisplatte durch und versenkte ihren kompletten Skischuh im eiskalten Wasser. Da kommst du nicht mehr über den Gletscherbach. Aber damit noch nicht genug. Tobias musste ja schließlich auch noch irgendwie über den Bach kommen. Richtig schön am Auswringen. Da sieht es auch relativ breit aus, ne? Lass mich mal gucken wie tief es hier ist. Ja, schon tief. Schon tief, ja. Komm ich mal rüber. Kannst du nur versuchen. Also eine eher semi erfolgreiche Flussüberquerung, Bachüberquerung. Ja. Aber wir sind jetzt exakt auf der Skitourenroute. Ja. Perfekt. Exakt auf der Skitourenroute? Na. Das ist super klasse. Ich werde nicht mehr Eisschraube verziehen, bestimmt. Wir sollten auf seinen Pisa. Und da müssen wir jetzt irgendwie rüberkommen. Ski an den Rucksack Nr. 1. Das bedeutet den Ski wieder an. Da oben versuchen wir den mittigen Durchbruch, oder wie? Vor dem Durchqueren des zweiten Getscherbruches seilten wir uns dann an. So. So. 500 Höhenmeter noch. Ein paar Meter. Malte haben wir es geschafft. So. Jetzt sind es auch so um die 100 Höhenmeter. Da oben ist das Gipfelkreuz. Und ich bin so unglaublich fertig. Ich habe meinen Rucksack unten gelassen. Das, was ich jetzt noch brauche, habe ich hier. Bauchtasche. Oder habe es ihm gegeben, weil er noch fit ist. Bei mir ist es wirklich das Kassische. Schlecht, Schwindel, Atemnot. Bäh. Ich habe gut geschlafen. Ach. Schön würdig. Ich habe wirklich so schlecht, habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben geschlafen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich lange nicht mehr. nicht mehr. So. So. So, so. So, jetzt geht uns nur noch der Rückweg bevor, knapp 3000 Kilometer und 17 Kilometer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt erwarten wir uns noch knapp 6 Kilometer Fußmaß und dann sind wir wieder da. Geschafft. Jetzt brauchen wir erstmal was zu trinken, möglichst viel und möglichst kalt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.